Meine Aufgabe wird es sein, ich werde mir selbst eine neue Challenge stellen und zwar werden wir Hunt for the Nachtara machen. Vergesst Hunt for the Glurak. Glurak ist outdated. Nachtara ist mein neues Waifu. Also, so wirklich. Wir haben heute sehr viele Packs und ihr kennt mich. Ich habe bisher noch kein Nachtara gezogen, was irgendwie qualitymäßig eine PC-10 werden kann für meine Goldstarsammlung. Ich habe noch kein Kwayutsu PSA 10 Kandidat, den ich irgendwie zum Graden schicken könnte. Das heißt, wir werden Nachtara in Japanisch und Englisch oder Deutsch und Kwayutsu als Promo handen, damit ich die halt irgendwann graden kann und meine Goldstarsammlung implementieren werde. Das ist wichtig. Was wir ebenfalls machen werden. Wir werden versuchen, das Nachtara hier rauszuziehen und das Nachtara hier rauszuziehen. Ob es das VMAX-Artwork oder das Normale ist, ich möchte es aber haben. Ich möchte irgendeins haben. Ich möchte einfach diesen Fluch brechen. Seit fast einem Jahr geht das Ganze. Also, Eevee Heroes ist ja von einem Jahr wirklich erschienen. Und ich habe bisher immer noch kein Nachtara ziehen können und ich habe super viel davon geöffnet. Kennt ihr das von Yoshi, Alter? Yoshi's Island, wenn ihr ein Level startet? Genau das habe ich grad gefühlt, ey. Was können wir hier ziehen? Goldkarten. Wir können das Godpack ziehen. Character Rares. Wir haben hier gleichzeitig auch Nachtara in zwei Versionen natürlich. My Big Boy. Wir haben hier aber auch Glurak in Character Rare. Wir haben hier Glurak in Holo drin. Wir haben hier aber auch geile Full Arts. Geile Trainer Full Arts. Ich habe das Set lang nicht mehr geöffnet und ich würde sagen, das ist ein gutes Frühstück für unser Opening. Was wir starten oder was ich noch machen werde mit 100 Stück von den Sachen. Denn dafür habe ich die 10 Stück da gebunkert, weil ich irgendwann 100 Stück davon öffnen werde. Freunde aus Gala. Ich fühle es, Brudi, wenn wir die ziehen sollten, wäre heftig. Wäre heftig. Aber gut, schauen wir rein. Wir haben aber in einen von mir aus Knete. Etwas traurig vielleicht. Etwas SEPA. Voltoball. Die Angel. Pocosan. Wir haben die Gloves. Kobalium. Trapfel. Sylvion. Und Setra King. Yo. Erste Character Rare des Tages. Die habe ich so oft jetzt in Astral Radiance gezogen. Ich habe ja das 100er aufgenommen, was ihr am Sonntag sehen werdet. Beziehungsweise habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ich das Video hier hochlade. Sehr scheiße. Sehr scheiß. Sehr nice. Jeno ist euer am Start. Jeno, bring ein bisschen Glück mit. Bring ein wenig Glück mit. Ich habe heute Sachen vor, die dumm sind. Guck mal, so fühle ich mich gerade. Scheiße, Alter. Wir machen schon wieder alles auf, obwohl ich es nicht machen wollte. Aber hey, wir machen es heute, weil ich Bock habe. Passt auf. Wir ziehen heute mindestens eine Goldkarte. Ich sage es euch, wir ziehen eine Goldkarte. Mortineva. Oh, der Chef. Der Chefkoch. Unsere Chance auf Gala und Friends ist gesunken. Aber hey, wir haben eine Futtert gezogen, die ich noch nicht hatte. Der Chefkoch mit dem Curry. Und ein Arctos. Und einen guten Apfel, Alter. Applin. Ah, unsere Chance auf Gala und Friends ist gesunken. Aber vielleicht haben wir noch ein Godpack. G-G-G-Godpack. Leider nicht. Leider nicht. Undustel. Wir haben die Forscherin. Wir haben Blitzer. Wir haben eine Pflanze. Niceness. Gloracolo. Was ein Big Banger. Und ein Bronzant haben wir noch hier am Start. Gloracolo. Sehr, sehr knorkel. Sehr, sehr nice. Alternatives Zapdos. Und ein Blitzer. Ein monströses Pack, Alter. Ist zwar nicht die beste Charakter-Readyman, also Charakter-Super-Readyman ziehen kann. Zapdos. Aber ich finde die sehr hübsch. Problem ist, ich habe sie schon mal gezogen. Deswegen bin ich so, äh, I don't know, ob das so nice ist. Aber, was ein krasses Pack halt, ne? Drei krasse Hits mit Blitzer und blau. Gloracolo und dem Zapdos. Wir haben zehn Stück davon. Wie ich schon sagte, wir hätten die ganzen halt auch anders öffnen können oder sonst was. Oder ich hätte auch was anderes mit denen machen können. Aber ich sage es euch so, wie es ist. Ich möchte diese öffnen. Ich möchte diese öffnen. Und ich möchte dieses nach Tara ziehen. Alter, ich sage es euch. Ich möchte kein Glorac sehen. Ich möchte alles, aber kein Glorac. Ich habe vier Gloracs gezogen. Vier Stück. Kein einziges nach Tara. Ich habe es. Bitte lass es was Geiles sein. Ist es was Gutes? Ja oder nein? Professor schreibt Dico rein. Autsch. Umbreon. Autsch. Glorac. Wäre froh, ein Glorac. Oh mein Gott. Also, wenn Dico jetzt der Erste ist, der es gespoldert hat, Alter, dann hasse ich ihn. Bruch. Ah, Dico! Spiner doch nicht! Scheiß, Professor! Ah! Es ist aber trotzdem eine schöne Karte. Wir brauchen nicht das Glück. Wenn wir das goldene Glas haben. Boah, da kam Wasser mir entgegen. Ich ziehe die Karte raus. Ich zeige sie euch. Und jetzt ist es ein Umbreon, Alter. Und jetzt ist es ein Umbreon. Oh, ein Sacrum. Ein Sacrum-Pholat. Es ist schon mal schwarzes Pokémon, was ganz gut ist. I mean, yeah. Es ist schon mal ganz gut, glaube ich. Aber bisher ist noch nichts Krasses. Ich sage es euch so, wie es ist. Wenn wir nach Tara ziehen, dann höre ich auf. Wenn ich nach Tara ziehe, dann mache ich kein weiteres Pack mehr auf. Dann bleiben die restlichen Sealed für meine Enkelkinder. Dann werden meine Enkelkinder diese restlichen sieben Booster, wenn jetzt hier nach Tara drin ist, bekommen. Passt auf. Boom. Garados. Garados. Garados! Hey! Garados ist nice. Drei Packs in. Noch kein Umbreon. Es kann auch sein, dass der Händler, von dem ich die Packs habe, natürlich die halt auch durchleuchtet hat. Kann möglich sein. Aber ich denke es mal nicht. Ich denke es mal nicht. Oder ich hoffe es, ehrlich gesagt, nicht. Okay, passt auf. Next one. Please. Please. Ich achte nicht auf den Chat. Ich achte nicht auf den Chat. Ah, wir haben es. Let's go. Umbreon ist am Start. Let's fucking go. Umbreon Goldster. Im vierten Pack. Woo. Der Hunt ist aber schnell over, würde ich sagen. Let's fucking go. Let's go, Alter. Ist das ein geiles Feeling. Ist das nice. Es muss rein. Es muss rein. Es muss rein. Es ist drin. Let's go. Wir haben das Ding. Und wisst ihr, was ich mit denen hier mache? Die werden nie wieder angerührt. Die kommen in mein Safe rein. Scheiß drauf. Vier Stück von zehn geöffnet und das Ding gezogen. Ich bin glücklich. Da bestätige es sich wieder. Die Produkte sind zum Öffnen da. So sieht es aus, Alter. Stellt euch vor, ich hätte jetzt wirklich irgendwie durchleuchtet und sonstigen Scheiß. Glaubt ihr, da wäre so eine Reaktion bei rausgekommen? Ich hätte mich vielleicht gefreut oder ähnliches halt, ne? Aber ich sag's euch. Es wäre niemals das geworden, was es jetzt gerade ist, Alter. So viel Emotion. So viel Endorphin und Adrenalin und Testosteron, was hier gerade ausgestoßen wurde. Centering sieht sehr gut aus. Left to right gefällt mir sehr. Und oben unten ist hier ein bisschen dicker als da, auf jeden Fall. Da ist es, Alter. Umbreon Gold Star. Corners sehen gut aus. Lit. Sehr, sehr lit. Stellt euch mal vor, das passiert irgendwann mit so einem Booster. Wir können uns das ja mal kurz ausmalen, wie das aussehen könnte. Das wäre dann ungefähr, ungefähr so wäre das halt, wisst ihr? Machst das Ding auf, hast Pikachu, ziehst es runter und dann erwartet dich das Viech. Das Viech der Viecher. Das Viech der Viecher. Oh, es ist so schön, Alter. Es ist so schön. Wir sind endlich, finally, ihn gezogen zu haben, Japanischen. Das erste Mal. Ja, cool. Äh, ja, ähm. Das war der Nachtara-Hand, würde ich sagen. Durch. Einfach durchgespielt. We can try the English one. Wir beten auf eine gute Greninja. Wir gucken uns die Karte erst mal von hinten an. Wir haben da ein bisschen Chipping an der Corner. Hier ist der Junge. Greninja Gold Star. Centering ist bei dem halt irgendwie nicht so geil. Kann das sein? Ah, shit. Da könnt ihr es sehen. Da sind schon die Printlines. Auch wenn das eine fantastische Holo-Swirl da unten ist. Mit einem mega Partikel. Alter, der hat riesige Partikel auf der Karte. Könnt ihr das sehen? Wie geil die bitter aussehen. Und dann hat er leider da die Printlines. Sehr, sehr sad. Aber leider kein PC-10-Kandidat. Schade, schade, schade. Wir haben aber eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wir haben fünf wunderbare Normal-Packs. Farm Shock geht los. Schauen wir rein. Rainbow Pikachu. Amazing Rears. Alles wäre erwünscht. Schauen wir rein. Schuppe. Wir haben eine Kastadur. Ein klein Joltik. Sandal. Joltik again. Und Magi-Hörner. Wir haben sogar eine Holo. Der Holo-Hit ist am Start. Das Holo-Lack ist auf jeden Fall akzeptabel, würde ich an der Stelle schon mal sagen. Machen weiter. Das hier müsste Darkness of Blaze sein. Yes. Schauen wir rein. Gucken wir, was wir ziehen. Wer denn? Vielleicht ein ganz easy Glurak. Oder Pierce Fullart. Saftig knaffig. Der Schmacko. Der Schmacko. Ist halt auch, das ist das Merkwürdigste. Pierce hat nicht nur einen Krankenwagen, sondern halt auch eine Rainbow-Karte, die in Weg des Champs geprintet wurde. Frag mich nicht, warum. Ich weiß es selber nicht, was Pokémon sich dabei gedacht hat. Aber Pierce ist trotzdem nice. Ich mag die Arena-Leiter alle. Der kommt zu dir, Alter. Der holt mich ab. Ich sag's euch. Der holt mich ab, ey. Ich pulle hier nur Hits gerade. Rooki-Dee. Flemmly. Mehlmetall. Salamence. Das ist zwar nicht der rote Drache, aber dafür auch einer meiner Lieblingsdrachen. Auch einer meiner Lieblingsdrachen, sag ich euch. Es war aber ein grüner Code. Okay. Grüner Code. Trotzdem Hit. Wir wollen Nachtara haben. Nachtara. Nicht Glurak. Okay. Nicht Glurak. Kayogre. Und Professors Research haben wir am Start. Dialga haben wir. Da haben wir Printlines. Wir haben auf jeden Fall irgendwas hier Glitzer im Hintergrund. Was schon mal ganz gut ist. Ich glaub ein V-Hit aber. Rocket Zeptos. Und dahinter schimmert uns schon das Surfing Pikachu an. Hello. Bisschen Off-Cut, der Junge. Bisschen Off-Cut. Aber trotzdem ein süßer. Rocket Zeptos. Zapt rein. Mit einer sehr guten Quality. Außer das Centering. Das ist Garbage. Der Nieselregen. Altstruktur auf der Karte. Das ist fantastisch. Wisst ihr, was haben wir mit Easy-Strains die letzten Tage gezogen, Alter? Wir haben Rainbow Glurak gezogen. Nachtara Goldstar. Und jetzt stellt euch vor. Jetzt kommt nochmal Nachtara. Erstmal kommt jetzt das Goldene Mew. Und es kommt jetzt wahrscheinlich... Bitte, Alter, lass uns bitte Nachtara sein und nicht Glurak oder so, Alter. Okay, das ist schon unser Retro-Hit. Das ist auch schon unser Hit. Lol. Es hat so krass gescheint da, seht ihr? Weil die so krass Silvering haben, dass ich nichts gesehen habe. Goldene Mew. Lange nicht mehr gezogen. Nachtara. Please. Übertal. Xenias. Donphan. Hör mal hin. Und Professor... Das ist ein gutes... Das ist ein gutes, saftiges Pack, Alter. Ein Retro-Hit mit Donphan und ein Professor's Research. Das ist saftig knaftig. Dürfen keinen Rand haben. Randlose Karte. Aber die Karte... Ich sag's euch jetzt schon mal. Das muss ein Retro-Hit sein. Weil die ultra krass ausgestanzt ist. Die sah von der Qualität her besser aus als die anderen Karten. Besser. Übertal. Grodon, ich hab's euch gesagt. Und Pikachu Fullart mit 1000 Printlines. Aber... Man hat's gemerkt. Man merkt es tatsächlich, wenn man sich auf den Rücken konzentriert. Das ist der dritte Retro-Hit aus der Tin. Das ist verdammt stark, Alter. Grodon is nice. Grodon is cool. Ist leider der Least Favorite von allen aus dem Set. Ich find das Artwork 10 von 10. Aber es hat auch sehr viel mit Nostalgie bei mir zu tun. Wisst ihr, ich hab mit Absicht mal wieder die Power-Locke rausgeholt. Um das Glück zu haben heute. Aber die Power-Locke hat sich auch schon ausgezahlt. Okay, ich krieg die Karten nicht aus dem Booster. Bist du mal wieder TC-Go-Streams? Wenn ich Zeit finde, Alter. Ich komm ja kaum... Ich hab ja kaum Zeit zum Stream allgemein, ey. Da komm ich ja gar nicht hinterher gerade. Und Pikachu-Fullard. Okay. Ich hab nämlich das gerade in der Reflexion gesehen. Deswegen war ich so... Ah, okay. Schade, dass ich erst einen Monat lang Sammler und Celebration verpasst habe. Brudi, du kannst das Celebration immer noch kaufen. Das ist gar nicht so teuer gerade. Okay, das ist wieder ein Hit. Das ist wieder... Das ist ein safer Retro-Hit gerade. Das muss ein safer Retro-Hit sein. Die Frage ist bloß welcher. Die Frage ist welcher. Please. Los. Eevee Gotch. Ah, ist das das Mewtwo? Ah, das ist aber Center. Die sind sehr viel besser gecuttet. Sehr viel besser. Hat mir das Mewtwo nicht... Nee, nee, nee. Das Mewtwo hatte ich schon gezogen, glaube ich. Mir fehlt immer noch das Luxtra. Luxtra Level X ist die letzte Karte, die mir fehlt, um das Set zu vervollständigen. Hab ich immer noch nicht, by the way. Ah, Mewtwo ist saftig. Ich weiß nicht, ob mir Mewtwo gefehlt hat. Ich weiß es nicht. Ihr seht's zur Not eingeblendet. Aber vierter Retro-Slot. Mega. Okay, letztes Pack. Letztes Pack. Es ist ein Retro-Hit, oder? Es ist ein Retro-Hit. Das ist ein Retro-Hit. Der sieht wieder saftig aus. Wir haben hier Pikachu. Okay, den zeige ich euch als erstes. Den zeige ich euch wieder als erstes. Wenn das jetzt... Wenn das jetzt der Big Boy ist, ich sag's euch, dann reiß ich die Hütte ab. Dann reiß ich die Hütte ab. Es ist definitiv ein Big Boy. Ich guck nicht in den Chat rein. Ich werde jetzt saftig reingehen und werde... Ah, ha, ha, ha. Groudon nochmal zieht. Das zweite Mal. Oh, es wär so ein gutes Finale geworden. Es wär so ein gutes Finale geworden, sag ich euch. Aber hey, wir haben ihn immerhin einmal gezogen. Fazit zum Umbreon nach Tarahand. Einen können wir abhaken von der Liste. Okay, Greninja leider nicht. Und das englische, deutsche auch noch nicht. Aber wir sind gut dabei.